Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu einem neuen Tutorial dieses Mal geht es etwas kürzer. Und zwar geht es darum, was ihr machen könnt, wenn ihr Gebiete erobert, die eine andere Kultur haben oder einen anderen Glauben. Das Ganze ist so, dass ihr natürlich zuerst mal ein Beziehungspenalty erhaltet mit den Vasallen, die ihr dort habt. Oder natürlich auch den Lehnsian. Quasi andere Kulturen, andere Religionen ist zu 99% immer Beziehungsmalus. Bei den Kulturen ist es so, dass ihr in einer Kulturgruppe seid. Zum Beispiel in dem Fall ist es die westslawische Gruppe. Zum Beispiel Polen. Dann was auch immer das hier sein soll. Tschechisch, Slowenisch. Das ist quasi alles eine Kulturgruppe. Genauso wie hier. Das ist die zentralgermanische Kulturgruppe. Und dann hier haben wir zum Beispiel die fränkische Kulturgruppe. Seht ihr mal hier oben. Wichtig dabei ist, wenn ihr Vasallen oder Gebiete aus einer gleichen Kulturgruppe erobert, erhaltet ihr kein Beziehungspenalty. Genauso wäre das rein theoretisch natürlich auch mit dem Glauben. Wenn ihr Gebiete erobert, die auch katholisch sind oder wenn ihr sowanskisch seid und ihr habt, erobert dann andere Gebiete, erhaltet ihr natürlich auch kein Beziehungspenalty. Natürlich, wenn ihr dann andere Religionen erobert, ist es wieder anders. Vor allem, wenn ihr dann Vasallen habt, die eine andere Religion haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man diesen Beziehungspenalty umkehren. Da gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit, dass man zum Beispiel natürlich Gemeinde bekehrt. Man kann natürlich auch die Kulturen fördern. Und da sage ich euch gleich mal eins, vergesst es. Vergesst es. Tut niemals Kulturen fördern. Das ist wirklich komplette Zeitverschwendung. Da könnt ihr auch noch eher die Entwicklung gegen Gemeinden fördern. Das ist noch lohnenswerter als Kultur zu ändern, weil das bringt eigentlich gar nichts. Das hat so minimale Auswirkungen aktuell zum jetzigen Stand des Spiels auf die Bevölkerung, dass es wirklich ignoriert werden kann. Das, was ihr machen müsst, ist gucken, dass eure Vasallen eurem Glauben angehören oder eurer Kultur. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir sagen jetzt zum Beispiel mal, wir erobern ein bisschen was von Bayern und dann schauen wir gleich weiter. Wir haben jetzt mal die Grafscher von Passau erobert. Und jetzt sehen wir auch schon, die haben natürlich sowohl eine andere Kultur, denn das ist natürlich bayerisch hier in dem Fall, zentralgermanisch. Und die haben natürlich eine andere Religion. Jetzt können wir natürlich hergehen. Und dann sehen wir bei ihm, außer natürlich die üblichen Abzüge, er möchte den Sitz im Rat haben. Wir sind böse durch Doktrinen, du modifizierst, da können wir zum Beispiel nichts gegen machen. Aber dann sehen wir auch zum Beispiel ausländische Kultur, minus 15. Und wir haben eine unreformierte Religion, minus 20. Was wir jetzt hier machen können, ist dafür sorgen, dass sich das und das ändert. Das Bayerische kann ich nur ändern von ihm, wenn ich sein Erben beeinflussen kann. Das heißt, ich würde jetzt hergehen und würde hier die Vormundschaft anbieten. Das heißt, ich gehe her, Vormundschaft anbieten, wähle irgendjemanden aus, der die tschechische Kulturgruppe hat. Und dann gehen wir auf Kultur wechseln und zum Glauben konvertieren. Dabei natürlich zu beachten, dass das natürlich jetzt hier aus Zwecken der Vorführung natürlich nicht ganz realistisch dargestellt ist. Ihr müsstet natürlich ein bisschen Geld und Zeit investieren oder ihr habt ein Druckmittel. Druckmittel fingieren, habe ich bereits angesprochen, wie das funktioniert. Solltet ihr ein Druckmittel haben, könnt ihr das natürlich jetzt hier einsetzen und könnt ihr dann quasi dazu zwingen, das dann auch quasi zu nutzen. Da kann man ja Möglichkeiten, gibt es da ein Druckmittel gegen ihn zu fingieren. Er ist quasi der Vater, das heißt, man bräuchte gegen ihn ein Druckmittel. Ich glaube, gegen ihn müsste es auch reichen. Also man braucht ein Druckmittel gegen den Vater, dachte ich mir schon fast. Dann können wir nochmal hergehen. Die Vormundschaft anbieten. Und dann sehen wir jetzt hier, das kostet jeweils 100. Wir haben jetzt hier 100, dann haben wir noch 100, so 235. Und wenn wir ein Druckmittel einsetzen, setzen wir in dem Fall hier das starke Druckmittel ein. Wir sehen jetzt hier minus 235. Das heißt, normalerweise würden sie das nicht annehmen. Wenn ihr ein leichtes Druckmittel habt, dann erhöht sich dieser Wert um 200. Ein leichtes Druckmittel erhöht den Wert um 200. Ein starkes Druckmittel führt automatisch zur Annahme. Das heißt, was ihr machen könnt, wenn ihr es nicht schafft, quasi die Beziehungen zu verbessern, durch Komplotts, durch Geschenke, dann könnt ihr immer noch nur Kulturwechsel machen. Könnt ihr das leichte Druckmittel nutzen. Und dann, wie gesagt, wir machen jetzt hier mal beides, aber in dem Fall würde es dann auch reichen, die Kultur zu machen. Denn, das ist der kleine Extrapunkt noch. In Crusader Kings 3 ist es so, dass man seine Vasallen zwingen kann, die Religion zu ändern. Das heißt, wir müssen das eigentlich mit ihm gar nicht machen. Aber es ist ein netter Side-Effekt. Natürlich ist es auch beim Verändern der Religion relativ praktisch, wenn man ein Druckmittel hat. Denn dann könnte man hier natürlich auch das Druckmittel einsetzen. In dem Fall würde es annehmen. Auch wenn er minus 100 aufgrund unserer Meinung hat. Aber wie gesagt, wenn ihr dann ein leichtes Druckmittel habt, dann ist das eigentlich problemlos möglich. Das könnte natürlich auch problemlos fingieren. Und das Besondere dabei ist, ihr seht das auch, die Religion ist sofort geändert auf die, die wir brauchen. Das heißt, er hat sofort sein Gebiet bekehrt zu unserer Religion. Instant. Und das funktioniert natürlich auch mit anderen Vasallen. Natürlich umso größer der Vasall, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas verlangen von euch. Dass sie irgendwas von euch möchten, wenn sie die Religion ändern. Aber im Großen und Ganzen ist es jederzeit mit einem Druckmittel möglich, da die Religion zu erzwingen. So, jetzt tun wir ihn ausbilden. Das heißt, es ist jetzt jeden Monat gibt es eine kleine Chance, dass er seine Kultur ändert auf Tschechisch. Er ist erst sieben. Das heißt, wir haben neun Jahre Zeit. Am Ende des Tages wird sich die Kultur von ihm wahrscheinlich ändern. Und wenn er dann quasi der Erbe ist, quasi er stirbt, er ist tschechisch, dann habt ihr quasi auch noch die richtige Kultur. Und verliert dann auch auf lange Sicht den Beziehungspenalty. Natürlich gibt es noch die andere Option. Die wäre dann irgendwann mal die Titel abzuerkennen. Dafür braucht man natürlich erstmal die begrenzte Lehnsautorität. Das ist das hier. Könnten wir auch mal verabschieden sogar. Und dann könnten wir den Titel auch aberkennen. Würden ihn quasi die Grascha von Passau entziehen. Natürlich würden sie es nicht annehmen. Es wird hier einen Aufstand geben. Wenn man ein Druckmittel hätte, wäre auch hier wieder praktisch. Denn das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Aufstand gibt. Meistens gibt es dann keinen. Und dann könnte das natürlich auch noch irgendjemanden geben, der eh schon eure Kulturgruppe auch hat. Dann wird sich nach und nach natürlich auch die Beziehungspenalty wieder verbessern. Wir sehen jetzt hier auch schon, er hat die Minus. Ne, ich sehe gerade. Ich wollte gerade sagen, er hat die unreformiert schon verloren. Ne, hat er nicht. Dafür müssten wir unseren Glauben natürlich erst reformieren. Das heißt, wir müssten das hier machen. Können uns das natürlich alles zuweisen, wie wir das haben möchten. Müssten dann am Ende ein bisschen religiöse Kosten bezahlen. Das habe ich ja im Religionsvideo schon erklärt. Aber am Ende des Tages, so könnt ihr dafür sorgen, dass alle in eurem Reich die gleiche Kultur kriegen. Und die gleiche Religion haben. Und wie gesagt, nutzt bitte nicht Kultur fördern. Und nutzt bitte nicht, ähm, was war, ah hier, Gemeinde bekehren. Also, das ist totale Zeitverschwendung. Das braucht wirklich keine Sau. Das habe ich früher auch gemacht. Riesenfehler macht es nicht. Macht es so, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ihr könnt natürlich auch andere Kinder, also ihr müsst nicht selber der Vormund des Kindes sein. Es langt, wenn das irgendeiner aus eurer Kulturgruppe ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei euch angenommen wird, ist ein bisschen höher, weil ihr natürlich der Lebensjahr selber seid. Aber alles in allem, ja, das war es auch schon mit dem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, sollte, würde ich mich sehr freuen. Über eventuell sogar eine Bewertung, ein Kommentar, ein Abo. Und solltet ihr noch weitere Fragen und Wünsche für Videos haben, immer ab damit in die Kommentare. Das war es von mir. Macht es gut. Tschüss.